Norddeutscher Rundfunk 2021 Hey, tschauen Sie zusammen! Was plätschert Sie der Zeit den Cheat? Ortswolle per Elsko, ins Apparat de Fotografar. Aber er, warum Sie so far mit Els? Nomenade, manche Fotografies spektakulare. Er, Sie werden vielleicht noch ein paar Jahre in den Prämie Liede, die ein bisschen mehr letzter dem Film, aber auch, die realität ist, die Ende der Vergangenheit, und die in den anderen Teilen der Schweiz kommt. Die Polen sind in allen Köln, rosa, orange, violett, verd, sehr impressionant. Aber diese Lichter polaren in zwei Normalmands in Galle, zum Polen Nord und zum Polen Süd. Aber die Städte ist, weil sie so weit entfernt sind in der Zürfache des Zollers, weil sie so schön wie die Lichter polaren hier zur Nutz kommen. Und hier ist es auch ein schönes Spettakel der Kalogs, die in der Firma ist. Es gibt schöne Fotografien. Aber für Sie, wenn Sie diese Fotografie machen müssen, müssen Sie auch ein Bläer-de-Pleer exerzieren, einen Dreck-Apparat zu fotografieren, mit etwas, und eine Dreck-Technik. Und warum Sie die Fotografe und die Risse besuchen, weil Sie uns die wichtigsten Tricks für coolen Fotografien zeigen. Nachdem Sie eine Art Tradition fotografieren, die die Risse besuchen, die gut mehr Bogen, aber gut. Sie sind lieber und durch die Arbeit zu sein. Sie sehen oft einige Tipps für die neue Fotografie, die die Kälte der Kamera, die in der Kamera, die in der Kamera. Die Motiv zu kommen, sie sind ein Handy, Die Kamera ist sehr kompakt. Sie ist einfach. Es ist schön, wenn man im Sommer mit zwei Kameras fährt, wenn man ein bisschen tauscht, dass es in zwei Tümer ist, dann fährt man die Fotos. Wollen Sie das mal? Im Prinzip gibt es eine Lüche. Die Fotos sind sehr wichtig. Es ist also wichtig, dass es eine gute Lüche ist. Es ist sehr wichtig, dass die Dynamik der Fotos ist. Es ist wichtig, dass die Lüche von der Warte, die Lüche sind, die Lüche sind und die Lüche sind. Sie können auch die Fasche auf der anderen Seite stüren. Wir bringen gerade ein Beispiel an den Garten. Es ist wichtig, dass die Lüche gut optimale ist, weil wir hier ganz klar die Fasche auf der anderen Seite stüren. Wir positionieren sie aber in der Schraube der Fenster, weil sie die Lüche auf der anderen Seite stüren. Das ist die Fotografie. Wir werden in der ganzen Form der Fenster gehen, aber wir müssen die Fasche auf der anderen Seite stüren. Wir müssen diesen Fasche ins Spazie gehen. Aber wir waren in der gleichen Form. Wir haben sich gleich mit der Sulele. Die Fasche ist auf der anderen Seite. Nadine, es ist auf der anderen Seite. Wir wollen die Fasche auf der anderen Seite. Es wird für diese Fasche gleich losgelegt, weil es zum einen Daumen nach oben stehen. Wir haben eine schöne Fasche. Es geht um den Foto. Man sieht, dass wir einen Raster mit den drei Linien sind. Wir befinden uns eine andere Foto in drei Linien. Wir positionieren die Einheit in einer der Linie, weil die Foto eher dynamisch ist. Wir versuchen, einen Raster mit den Nadien zu sehen. Wir sehen, dass wir die exakt in dieser Linie sind. Wir sehen, dass wir eine exakt in der ersten Linie sind. Die Leute wollen wir NEGAR. Man muss, dass wir eine Foto gut sein können. Für die meisten Kälte machen wir viele Feuze oder die Z coworker. Wir brauchen die Foto aus der Bindung. Wir brauchen die Menschen einfach wunderbare. Die Richton macht die Richton aus der großen Linie. Die Richton macht die Richton in die Regler. Die Richton macht die Richton, die Richton hat die Richton. Die Richton macht die Richton. Was machst du? Lass uns den nächsten Tipp. Ich fahre den Fokus. In der Fotografie ist es interessant, dass es ein kurzes und scharfes Malet ist. In der Bevölkerung muss man ein solches Malet, also ein Sujet, ein solches Malet ist, die eine Differenz auf der Kamera. Wenn man die Fähle auf die Fähle ist, muss man den Fokus aufpassen. Wenn man den Fokus auf die Fähle macht, muss man einen Scharf oder die Fähle diffusen. Das muss man mit der Fähle beobachten. Wenn man die Fähle auf die Fähle fokussiert, muss man einen Scharf auf die Fähle aufpassen. dass das Tier nicht die Tiere aus der Natur. Der Tipp ist einfach, dass die Regeln die Beziehung an den Proven. Ich fahre einfach die Theorie. Die Finne stehen an den Proven. Ich fahre die Regeln an den Rehlen, weil ich es nicht so gut verstehe. Ich fahre einfach die Situation. Und einfach, es ist einfach ein Verpackungsgericht. Ja? Ich fahre einfach, ich fahre einfach eine große Kamera, ich fahre einfach nicht. Das ist nicht so cool. Ja, also nur so ein WU. Das Handy kann sehr gut aus, in einer Masse. Letztendlich ist es einfach ein Limit. Gerade zum Beispiel, wenn man die Stier oder die Lüge ist, wenn man in einer großen Kamera oder in einer professionellen Kamera kann. Das ist einfach eine Technik in dieser Masse. Aber dann ist es auch wichtig, damit ein wenig Apparat ist, wo man sich im Monat als objektiv auf der Kamera, aber nicht nach einer solchen Selle. Das ist ein guter Moment. Wir können uns gleich ein bisschen glatt. 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 Stupend! Also werden wir hier die perfekte Fotografie machen. Laura, du hast nichts, was du beinnt. Ich bin ein bisschen verrückt. Also, wenn du auf der Drecke liegst, dann ist das ein bisschen glatt. Also, ich bin ein bisschen glatt. Also, ich fokussi. Ja, ich bin glatt. Also, ich bin glatt. Ich bin glatt. Und dann bin ich glatt. Oh, nein! Ja, ich bin glatt. Eine Vos in den Kameras. Ich bin glatt. Ich bin glatt. Und dann bin ich glatt. Ja, ich bin glatt. Es gibt eine Masse, die wir jetzt haben. Aber es gibt eine andere Stimme. Der Prinzip. Es gibt zwar eine Fotografie, aber auch ein Apparat der Fotografier hat ... ... den Punkt. Ein Mathematiker-Arab hat die Basis der Kamera, die uns als OZ. Eine Kamera für den Beispiel, mit dem Namen Kamera Obscura. Wenn wir eine Stimme stören, können wir eine kleine Rösne in der Breite. Eine einfache Kausse. Die Eiche enttet durch die Rösne und schlägt die Breite der Vos. Das ist eine Kausse. Aber die Malech wird sich laut und schlägt den Dschung. Deplorabel, dass die Lüge ein wenig hat die Malech. Diese Eiche funktionieren nur mit dem Prinzip. Die Eiche sind durch die Pupille und die Retina, die die Lüge hat die Malech in der Breite der Vos. Im Jahr 1926, der Franzose Joseph Nipps gab eine Idee. Die Lüge hat die Lüge mit der Lüge in der Breite in einer finnen Kozze d'Asphalt. Die Lüge hat die Lüge illuminiert 8 Uhr. Die Farbe die Folgen wurden mit mehr Feig und mit möglichst klarer. Die Lüge hat die Gäste nicht mehr genutzt, dass der Asphalt nicht so stark ist. Der Resultat war eine große Sensation. Die Prima-Fotografie der Mohn. So haben welche Invention neue Techniken zu entwickeln den Fett-Sperr? An Steuersfalt werden wir ausser drauf auf Plattes der Wälder, zur Tracke mit dem Liquid der Regen. Die feine Fotografie werden uns sehr kurz A Tuttina steht auch in mehreren Minuten streng und langer raus. Bei welchem Motiv riechen wir quasi in der Regen sind die Fotografie. Ein großer Erfolg ist die Fotografie mit der Invention der Rolle des Films. In der Rolle sind die, die viele Fotografie machen. In diesen Filmen ist die wohl schon vivo. Und die Kameras sind verwendet, verwendet und verwendet. Die Fotografie verwendet eine Art, die Journalismus verwendet eine Art. in der Rolle ist eine Art. Die Fotografie verwendet eine Art. Die Fotografie verwendet eine Art. Im Jahr ist eine Art. Die Maschine. Seine prämen Kameras digitales wären Gründe. Äh, nein, folgten die Daten der Prenner und Vakanz. Äh, nein, verwendet eine Art. Das ist etwas einfach, die Aufmerksamkeit. So weit abgeholt, die Fotografie ist nicht mehr abhängig. Aufmerksamkeit fников herausfinden, zu den Fotografien verwendet. und schenken, wie wir es leben, nicht zum Beispiel ein B-Album der Fotografie. Vielen Dank. Ich will uns trainieren im Zickel der Fotografie in der Richtung der Städte. Wie ist das? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.